Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Heute kam mal wieder ein neues Update raus, darum soll es aber gar nicht in diesem Video gehen, weil im Prinzip nichts wirklich Neues in diesem Update reingekommen ist. Der Zero-Point hat sich ein bisschen verändert und es gibt eine neue Waffe für den normalen Modus. Interessiert aber die meisten Competitive-Spieler, denke ich mal nicht. Deshalb werden wir heute über den neuen Cup von Laserbeam reden. Der hat nämlich jetzt auch seinen eigenen Icon-Series-Skin. Der wird am Freitag reinkommen und wie eigentlich zu jedem Icon-Series-Skin gibt es da natürlich einen Cup. Dazu würde ich euch in diesem Video alles sagen. Außerdem gibt es noch ein paar kleine Updates zur FNCS, also bleibt auf jeden Fall am besten am Ende dran. Und wenn natürlich in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr auf jeden Fall gerne ein Abo da, schaut natürlich gerne auf eurem Twitch-Code vorbei und tagt auch gerne Minecraft Code of the Aircraft M-Item-Shop ein. Wenn ihr ihn jetzt einträgt, würde er auch noch genau bis zur neuen Season halten. Also vergesst auf jeden Fall nicht, würde mich natürlich über jeden einzelnen Supporter freuen. Auf der rechten Seite hier können wir den Skin sehen, das ist ein Bauarbeiter-Skin, weil früher Laserbeam, bevor er mit YouTube angefangen hat, als Bauarbeiter gearbeitet hat. Deshalb jetzt immer nicht ganz so typischer Skin. Ist jetzt auch nicht der beste Skin meiner Meinung nach, aber kann man natürlich trotzdem easy mal mitnehmen. Dafür muss man ganz einfach in diesem Cup, der bereits schon morgen stattfindet, von 6 bis 9 Uhr abends für das Ganze stattfinden, da muss man unter die Top 1800 kommen. Dann bekommt man den Skin und dann auch noch sein Backbling dazu. Und wenn man dann auch noch unter die Top 200 kommt, dann bekommt man zusätzlich noch ein Emote und seinen Spitzhacker dazu. Auf jeden Fall wieder eine Menge kostenlose Items. Das Ganze ist ein Duo Cup, das heißt, ihr braucht dafür wieder ein Duo-Mate. Braucht aber keinen Arena-Rang oder irgendwie auf einer Plattform müsst ihr auch nicht spielen. Also ist egal, mit wem ihr spielt. Hauptsache ihr habt irgendeinen Mate. Ich glaube, das Ganze ist auch nicht Region-Lock, das heißt, ihr könnt es auf mehreren Regionen spielen. Das Einzige, was ihr wie immer nicht machen dürft, ist den einen Cup auf einer Region mit zwei unterschiedlichen Teams zu spielen. Das heißt, ihr dürft in jeder Region einmal das Ganze spielen und immer nicht mit einem anderen Count oder mit einem anderen Mate dann nochmal spielen. Das Ganze ist auch ein relativ besonderer Cup. Und zwar hat man hier keine normalen Waffen, beziehungsweise glaube ich nicht nur normale Waffen. Denn es gibt hier vor allem die Flint-Knock-Pistole und auch andere Knockback-Waffen, wie zum Beispiel diese Double-Barrell-Shotgun, die ja auch diesen Knockback-Effekt hat. Und ich glaube, es gab früher auch noch ein paar andere, die so einen Knockback-Effekt hatten. Auf jeden Fall sollen da ein paar drin sein. Die Flint-Knock-Pistole soll auch irgendwie in einer abgewandelten Version wieder drin sein. Und auf jeden Fall wird es sich sehr, sehr stark auf diese ganzen Knockback-Sachen konzentrieren. Man bekommt auch keinen Fall-Damage in diesem Modus und man kann sich nur durch die Emoten heilen. Das heißt, nur wenn man ein Emote macht, kann man sich heilen. Am besten ist dann natürlich, wenn man so ein Bewegungs-Emote nimmt, dann kann man nämlich, während man sich heilt, auch noch etwas fortbewegen. Zusätzlich geht das Ganze natürlich klassischerweise zehn Games über drei Stunden. Und hier haben wir ein relativ besonderes Placing-Format. Und zwar beginnt das Ganze bereits ab Top 50. Das heißt, wenn ihr in eine Runde reinschaut, bekommt ihr einen Punkt. Und dann gibt es jeden einzelnen Platz bis am Ende in die Top 5 jeweils einen Punkt. Und dann hier Top 5, 4, 3 und die geben zwei Punkte jeweils. Top 2 bringt dann drei Punkte und der Sieg bringt sechs Punkte. Insgesamt müssten das 60 Punkte sein für einen Sieg. Und zwei Punkte gibt es dann für jeden einzelnen Kill. Also eben halt relativ Placement-heavy, rein theoretisch. Aber dadurch, dass man Open-League-Spiele hat, keinen Champions-Spieler hat, kann man diese High-Kill-Bombs droppen und auch locker mal eine 30er-Bomb droppen, obwohl es auch nur ein Duo ist. Erstrunde solltet ihr also auf jeden Fall W-Kin, wenn ihr diesen Skin wollt. Wie gesagt, Gegner werden nicht gut sein, werden viele PS4-Spieler, viele schlechte Spieler drin sein. Sollte definitiv gut möglich sein. Schaut euch am besten auf den anderen Regionen jetzt schon stattfinden, sowas wie Middle East oder Ozeanien an. Wie das ganze Format funktioniert, weil man immer jetzt noch nicht genau weiß, welche Waffen sind genau drin und wie funktioniert das alles ganz genau. Und dadurch könnt ihr euch dann etwas sicherer werden, wie man das Ganze dann spielen kann. Auf jeden Fall war es das dann soweit mit diesem Cup. Wie gesagt, es gibt noch eine weitere neue Information zur FNCS und da gibt es dort eine kleine Zeitplanänderung. Und zwar betrifft das jetzt nur die Neustartrunde, also die Reboot-Round, wo eben mal die Leute, die sich nicht für die Finals qualifiziert haben, also in den Semifinals, den neuen Heat sozusagen, rausgeflogen sind. Da können irgendwie die Top 8 bis Top 16, glaube ich, nochmal in der Reboot-Round teilnehmen. Das ist eine einzige Runde, wo der Gewinner, egal mit wie vielen Kills er gewinnt, eben halt dann nochmal als 33. Platz in die Finals kommt. Das Ganze sollte ursprünglich am Wochenende von der FNCS Grand Finals stattfinden, also am letzten Wochenende der Season auch. Und jetzt wurde das Ganze eine Woche nach vorverschoben und zwar zum Ende sozusagen nach den Semifinals, also nachdem die Semifinals stattgefunden haben, gibt es dann immer nochmal die Chance, hier dran teilzunehmen. Das heißt, wenn man sich hier qualifiziert, hat man noch eine ganze Woche, um sich wieder für die Finals einzuspielen. Ist auf jeden Fall ganz nice. Dafür könnt ihr für EU ab 22.30 Uhr reinjoinen und 22.45 Uhr beginnt dann die Runde. Wie gesagt, ist es nur für Spieler, die sich so oder so schon für die Semifinals qualifiziert haben und dort dann auch noch mindestens unter die Top 16 gekommen sind aus dem jeweiligen Team. Das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.